In Dragon's Dogma 2 kann man nach dem Storyende in ein Endgame-Postgame starten. Dafür sollte man aber einige Sachen vorbereiten und auch abgeschlossen haben. Was sich da wirklich lohnt zu machen, bevor man sich später ärgert, zeige ich euch in diesem Video. Dranbleiben lohnt sich. Servus, Efekte! Willkommen zum nächsten Video. Heute am Ostersonntag, seit gut einer Woche kommen bei mir täglich Videos zum Game raus. Falls euch das gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wer neu ist, kann gerne mal vorbeischauen. Sonst sind viele nützliche Videos schon draußen, helfen euch weiter. Und heute starten wir Richtung Endgame-Postgame. Einige Sachen sollte man da wirklich abschließen davor und auch vorbereiten. Denn das Endgame-Postgame ist ein bisschen anders. Man ist dann nur für begrenzte Zeit unterwegs. Denn man kann nur sieben Tage dort unterwegs sein. Zwar auch länger, aber man kann dann nicht mehr schlafen. Und es ist im Endeffekt etwas erschwert in Sachen Fortbewegung zum Beispiel auch. Oder zum Beispiel eben auch Leben wieder auffüllen. Kann man natürlich mit der Lasso Rittstein nachhelfen. Aber das Ganze spielt sich dann nicht mehr so rund, ist erschwert. Und deswegen solltet ihr lieber gewisse Sachen eben vorher machen. Und die Sachen auch optimieren, dass ihr das in den sieben Tagen eben alles gut durchschafft. Zur Info, morgen kommt bei mir auch ein kompletter Endgame-Postgame-Guide. Wer das nicht verpassen möchte, kann an der Stelle gerne mit einem Abo dabei bleiben. Lohnt sich auf jeden Fall. Das Erste, was ihr unbedingt machen solltet, ist die Fings. Die gibt nämlich verdammt gute Belohnungen. Unter anderem zum Beispiel einen Ring, mit dem ihr dann deutlich schneller leveln kann. Und wer dann von euch zum Beispiel im ersten Durchlauf die Fings verpasst, ja, der hat dann eben diesen Ring nicht. Und wenn man aber New Game Plus startet, kann man sich den Ring eben nochmal holen und zweimal anziehen. Bedeutet, man kann dann effektiver leveln, wenn man das Ganze noch möchte. Außerdem gibt es bei der Fings auch zwei Zielkristalle, wenn man es richtig anstellt. Und kann die auf der Map platzieren. Und die braucht man auch im Postgame bestmöglich, um da eben ja sich schnell über die Karte vorzubewegen. Warum, das zeige ich euch gleich. Also Fings auf jeden Fall abschließen, soweit wie ihr es machen könnt. Manche wissen es ja nicht mehr leider mit dieser Sucher- oder Findermünze, mit diesem Medaillon. Dann ist es natürlich auch nicht so schlimm. Versucht aber soweit wie möglich die Fings wirklich abzuschließen, weil man da geile Belohnungen rauskriegt. Das sollte man unbedingt machen, bevor man die Story eben beendet. Falls ein Guide benötigt, wie man eben diese Fings-Quests macht, weil das sind eben Rätsel. Das Ganze ist oben auf dem i-Zeichen verlinkt, habe ich euch komplett erklärt. Als nächstes solltet ihr euch unbedingt einen sehr starken Ring im Spiel abholen. Den will man auf jeden Fall keinesfalls verpassen. Und zwar ist es ein Ring für den Erzmagier oder Magier. Selbst wenn ihr diese Klasse oder Laufbahn aktuell nicht spielt, würde ich es euch wärmstens empfehlen zu holen. Denn der Erzmagier ist zum Beispiel extrem stark, wenn ihr noch zwei richtig geile Zauber besitzt, diese ultimativen Zauber. Zum Beispiel der Meteor. Dauert sehr lange, aber damit kann man die Gegner richtig krass wegfetzen. Das macht maximal Spaß. Und mit diesem Ring ist die Zauberzeit um 1,5 Sekunden reduziert. Zwar auch das Leben, das ist aber nicht so schlimm, weil man steht eh im Hintergrund. Aber man kann schneller zaubern und der Meteor dauert sehr lange zum Beschwören. Und man kann dann eben auch nochmal im New Game Plus eben diesen Ring ein zweites Mal holen und sich auch zweimal anziehen. Und dann geht der Meteor drei Sekunden schneller zum Casten. Und das ist wirklich eine massive Zeitreduktion. Die will man unbedingt haben. Den Ring bekommt ihr hier in dieser Höhle. Man muss nur einen Gegner ausschalten. Ist ein bisschen härter, aber ist kein Boss. Und dann auf der rechten Seite gibt es dann eben eine Türe oder so eine Steinwand, die man kaputt machen kann. Und dahinter gibt es dann eben die Truhe und ihr habt den Ring. Weiter geht es mit einem geheimen Zielkristall. Den wollt ihr euch auf jeden Fall abstauben. Und zwar ist er in den nebligen Sümpfen. Im Postgame braucht ihr auf jeden Fall so viele Zielkristalle wie möglich. Ihr lauft hier einfach auf der rechten Seite rein, bis ihr hier zu diesem Riftstein kommt. Man kann es leider nicht besser auf der Karte zeigen, weil es eben die nebligen Sümpfe sind. Da sieht man leider nichts. Alles ist in dichte Nebel gehüllt. Aber wenn ihr dann an dieser Stelle hier seid, in der Nähe von diesem Riftstein, dann müsst ihr hier einmal nach oben. Ich glaube, man kann noch mal einen Tick auch weiter hinten hoch. Da ist es sogar angenehmer. Uff, jetzt werde ich hier angegriffen. Das passt natürlich wunderbar. Alle ausgenockt. Alter, es ist so schlimm, dass es dich immer weghaut. So, und zwar gehen wir jetzt hier einmal nach oben. Das schafft man auch ohne Erzmagier. Kann man auch ganz normal machen. Ihr seht es. Zum Glück ist es jetzt hier gerade ein bisschen heller. Ja, wunderbar. Und hier vorne befindet sich dann dieser Riftstein. Wir drehen aber jetzt hier noch mal um und laufen in diese Richtung nach hinten durch. Ich hoffe, ich finde es gleich. Und ihr könnt das Ganze mitmachen. Jetzt ist schon die große Frage. Ich glaube, es ging hier lang. Ja, da bin ich auch schon mal durchgelaufen. Einfach immer weiter nach hinten, glaube ich, bis man nicht mehr weiterkommt. Und an einer Stelle kann man dann nämlich hochkraxeln. Hier geht es auf jeden Fall weiter. Wunderbar. Wir laufen jetzt wahrscheinlich noch in diese Richtung. Nein, hier ist es leider falsch, Leute. Ist wirklich ein bisschen schwierig zu finden. Aber wir müssen wahrscheinlich dann eine... Ja, genau. Hier geht es hoch. Also wir sind von hier gekommen. Von dem Baum hier hoch. Und biegen dann links ab in die Richtung. Und sind dann jetzt hier eben noch mal ein Stück höher. Laufen wir noch mal einen Tick weiter durch. Und wenn es dann so ein bisschen lichtet sich der Nebel, dann wisst ihr, seid richtig. Und da oben ist nämlich schon ein Greif. Und in diesem Greifnest liegt der Zielkristall. Bei mir ist es jetzt New Game Plus. Ich bin selber gespannt, ob er jetzt hier im New Game Plus auch liegt. Oder ob man ihn insgesamt nur einmal finden kann. Bester Vorführeffekt. Komme ich hier nicht hoch. So, der Greif ist sogar da. Ist aber überhaupt gar kein Problem. Dann seht ihr mal, wie stark der Meteor ist. Er castet jetzt hier auch innerhalb von diesen drei Sekunden oder schneller, eher gesagt, durch die beiden Ringe. Und mal schauen. Er ist ja extrem feueranfällig. Sobald er anfackelt, der Greif fällt er sowieso um. Und ja, der Meteor ballert auf jeden Fall ordentlich beim Greif rein. Der ist jetzt schon direkt Geschichte. Und wenn ihr hier eben im Nest schaut, dann liegt dort ein Zielkristall rum. Ist interessant. Kann man nur einmal auflesen. Beim zweiten Mal ist hier dann scheinbar nur ein Reisestein. Schaut doch unbedingt, dass ihr alle Quests abschließt, die ihr wirklich machen möchtet. Denn im Post-Endgame wollt ihr sie nicht wirklich machen, weil ihr da eben ein bisschen beschränkt seid. Vom Fortbewegen, aber natürlich auch vom Schlafen. Dann kann man das Leben schlechter auffüllen und so weiter und so fort. Deswegen einfach, bevor ihr die Story beendet, schaut einfach, dass ihr sämtliche Quests abschließt. Und am besten auch die ganzen speziellen Aufträge macht von den Laufbahnen. Schaltet sie wirklich alle im ersten Spieldurchlauf am besten frei. Auch wenn ihr sie aktuell eben nicht spielt. Und holt euch auch die Schriftrollen für die ultimativen Angriffe, wie zum Beispiel den Meteor, den ihr hier schon gesehen habt. Dazu wird bei mir jetzt auch nochmal nächste Woche ein Video rauskommen. Falls ihr das jetzt natürlich am Wochenende schon machen möchtet, müsst ihr natürlich auf YouTube so ein Video finden, wo vorgestellt wird, wo man die ganzen Schriftrollen herbekommt. Denn diese ultimativen Fähigkeiten sind einfach extrem stark. Und wenn ihr dann New Game Plus startet, habt ihr schon die Laufbahn, habt sie vielleicht auch schon hochgelevelt. Das wäre natürlich am besten. Und habt dann natürlich auch die starken Waffenfähigkeiten. Könnt euch entscheiden, einfach eine andere Laufbahn zu spielen. Und habt so natürlich auch Abwechslung. Was ihr auch unbedingt machen solltet, bevor ihr jetzt die Story abschließt, ist euch so stark wie möglich zu machen. Kauft euch eventuell eine gute Waffe in Barq Batal. Oder zum Beispiel eben auch etwas weiter unten auf der Karte. Der Händler hat nochmal ein paar andere Waffen im Angebot. Oder findet eine. Es gibt natürlich auch gute Waffen, die man finden kann. Hier kann man auch nochmal gute Waffen einkaufen. Und gradet sie am besten auch ab. Denn die Bosse im Endgame, im Postgame sind auf jeden Fall ein bisschen stärker. Besitzen mehr Leben. Und dass der Fight nicht ewig dauert, lohnt es sich natürlich die Waffe abzugraden. Schaut bei den richtigen Schmieden vorbei. Es gibt ja glaube ich vier verschiedene Schmiede im Spiel. Wenn ihr Magie spielt oder auf Magiewerte setzt, dann solltet ihr unbedingt bei den Elfen die Waffe verbessern. Seid ihr zum Beispiel mit einem fetten Zweihänder unterwegs, dann solltet ihr beim Schmied, beim Zwergenschmied die Waffe verbessern. Und bei der Stärke weiß ich es aktuell gar nicht, ob es in Barq Batal am besten ist oder bei Vermund. Schreibt es gerne in die Kommentare rein, falls ihr das Ganze schon ausgecheckt habt. Auf jeden Fall, es gibt verschiedene Schmiede. Und guckt immer nach den Stats, die ihr eben benötigt, dass die gepusht werden und nicht die falschen. Natürlich könnt ihr euch auch bei den ganzen Händlern hier eine bessere Rüstung kaufen. Gerade wenn ihr vielleicht im kleineren Level seid, noch mit 30 oder 40 möchte ich, sorry, abschließen. Lohnt es sich auf jeden Fall auch noch eine Ausrüstung zu kaufen oder auch eben zu finden, wenn ihr eine gute schon gefunden habt. Und die natürlich auch abzugraden und bitte die Ausrüstungen nur bei dem Schmied hier unten, beim Zwergenschmied verbessern. Weil hier wird auch nochmal der Niederschlagswiderstand erhöht. Dann fliegt man weniger um, wenn man eben von einem Gegner angegriffen wird. Das ist auf jeden Fall richtig wertvoll. Und um nochmal ein bisschen mehr aus eurem Charakter herauszuholen, schaut auch bei den Laufbahnen vorbei. Es empfiehlt sich ja sowieso, die ganzen Laufbahnen auch im Endeffekt freizuschalten, um auch ein bisschen Abwechslung zu haben. Und man kann dort eben bestimmte Fähigkeiten freischalten, wenn man die Laufbahne nach oben levelt. Und da solltet ihr auch unbedingt reinschauen, dass ihr die Fähigkeiten freischaltet, die ihr benötigt. Geht hier einfach drauf, sagt, okay Lebenskraft brauche ich zum Beispiel, spiele ich ganz kurz den Krieger, geht relativ schnell. Oder ich brauche zum Beispiel jetzt einfach hier Furchtlosigkeit. Und dann könnt ihr auch zum Beispiel wieder zurück auf den Bogenschützen wechseln, wenn ihr sie freigeschaltet habt, auch gekauft habt. Und es werden immer dann alle Fähigkeiten angezeigt, also auch von den anderen Laufbahnen. Das ist dann universell. Man kann dann eben alle einbauen und natürlich dann auch hier nochmal mehr rausholen aus seinem Charakter. Als nächstes solltet ihr an wichtigen Orten Zielkristalle platzieren, dass ihr dort schnell hinreisen könnt. Denn im Endpostgame gibt es leider keine Ochsenkarren. Und wenn ihr da nicht alles laufen möchtet, empfehlt es sich eben Zielkristalle zu platzieren. Und zwar an folgenden Orten. Ort Nummer 1 ist oben im Elfendorf, um einfach schneller, angenehmer hinzukommen. Da fährt ja auch so oder so kein Ochsenkarren hin. Dort einfach einen Zielkristall hinstellen. Ansonsten, wo ihr auch einen haben möchtet, ist im Endeffekt hier. Und zwar in Backbattal. Ja, dass man da auch immer wieder hinreisen kann. Und ebenfalls hier unten lohnt es sich auch einen zu platzieren. Dann muss man eher nicht diesen Extraweg hier immer gehen, sondern kann auch per Schnellreise eben reisen. Wer sehr viele Zielkristalle besitzt oder zum Beispiel eben auch dann Reisesteine, der kann natürlich hier auch einen platzieren. Und auch hier bei diesem Zwergenschmied muss man nicht machen, kann man. Den kleinen Weg kann man natürlich auch laufen. Nur wer sehr viele Reisesteine hat, der kann natürlich dann auch mehrere platzieren. Die anderen, die ich jetzt hier platziert habe, wie zum Beispiel in Ruhestadt, braucht man jetzt nicht. Den hatte ich vorhin noch vor die Pfingst hingestellt. Und auch das ist jetzt einer nur, den ich mir selber nochmal hingestellt habe für New Game Plus. Aber die anderen, die ich euch gerade gezeigt habe, empfehlen sich auf jeden Fall hinzustellen. Was man auch noch machen kann, wäre zum Beispiel der hier. Weil hier ist dieser besondere Drachenschmied. Und da kann man dann auch nochmal per Schnellreise hinlaufen, wenn man eben diesen Weg von Bad Batal nicht laufen möchte. Dadurch, dass ihr die ganzen Zielkristalle platziert, schaut natürlich, dass ihr auch genügend Reisesteine besitzt. Das ist natürlich wichtig. Ich würde euch empfehlen, schaut, dass ihr um die drei bis fünf Stück habt. Im Endpostgame findet man auch so noch welche in Truhen. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, sollte um die sieben Stück oder so mitnehmen. Da kommt man auf jeden Fall easy durch. Aber zwischen drei und fünf, würde ich sagen, sollte man auf jeden Fall dabei haben. Desto mehr natürlich umso besser. Falls ihr nicht wisst, wo man Reisesteine rausbekommt. Bei der Pfingst zum Beispiel kriegt man drei Stück. Der geht einfach immer bei den Händlern einkaufen. Wahlweise zum Beispiel im allerersten Dorf geht das Ganze. Da kann man in einer ersten Stadt in Wermund, da kann man ja gratis im Haus schlafen. Und wenn man dreimal schläft, dann ist der Reisestein beim linken Händler wieder aufgefüllt. Oder man kann es auch hier in Bad Batal machen. Da hat man ja auch sein eigenes Haus. Man geht dann einfach hier zu diesem linken Händler. Wenn ihr die Quest von ihm noch nicht abgeschlossen habt, dann ist er noch da. Und auch immer drei Tage warten. Und dann hat er eben hier einen Reisestein und ihr könnt ihn für 10.000 Gold kaufen. Wie gesagt, 30 Gold sollte eigentlich jeder haben, dass man drei Reisesteine besitzt. Eventuell habt ihr auch noch mehr gespart. Als nächstes empfiehlt es sich, bestmöglich 250 Lindwurmkristalle zu besitzen. Das ist auf jeden Fall ordentlich. Man braucht es nicht, aber wenn man sich da schon vorab vorbereitet hat, dann kann man, wenn man eben ins Postgame-Endgame startet, gleich richtig geile neue Endgame-Rüstungen und Waffen kaufen. Und wenn man eben davon genügend gesammelt hat, kann man sich selber gleich eine komplette Rüstung sammeln. Man kann eben noch eine Waffe für sich selber kaufen und zum Beispiel noch für den Vasallen ebenfalls eine Waffe und eventuell ein Schild, wenn ihr einen Tank mit dabei habt. Deswegen peilt es so ungefähr 250 Lindwurmkristalle an. Das ist auf jeden Fall echt ordentlich. Eine Farm-Taktik habe ich schon euch vor ein paar Tagen gezeigt. Einige meinen zwar, dass bei euch der Drache nicht spawnt. Warum, kann ich euch leider nicht sagen. Eventuell liegt das an der Quest mit Ulrika. Könnte ich mir vorstellen. Bei mir ist dieser Drache wirklich jedes Mal da. Ein bisschen komisch oder vielleicht farmt ihr einfach so Drachen und ihr wisst einfach noch ein paar mehr Location, wo es die im Endeffekt gibt. Ich kann euch auch noch kurz zwei Location zeigen, wo ich zum Beispiel auch immer Drachen gefarmt habe oder sie immer wieder entdeckt habe. Es gibt wirklich sehr viele Plätze mit Drachen. Aber zum Beispiel einen Drachen findet ihr zum Beispiel hier in diesem Gebiet ganz vorne sitzen. Dann hier zum Beispiel ein weiterer Drache bei mir, immer am Start gewesen. Dann hier auf der linken Seite findet ihr zum Beispiel noch einen Drachen. Könnt ihr eventuell auch immer Zielkristalle dann hin platzieren. Wenn ihr eben sehr viele Reisesteine habt, könnt ihr natürlich so sehr schnell hinreisen. Müsst dann elf Tage warten und die Drachen spawnen. Oder zum Beispiel hier oben gibt es auch hin und wieder einen Drachen an dieser Position. Den habe ich euch ja gezeigt mit der Farm-Taktik bei Harvey. Und so seid ihr auf jeden Fall gut aufgestellt. Und ja, wer Drachen töten möchte, der sollte am besten den magischen Bogenschützen benutzen. Dazu werde ich auch nochmal gleich etwas zeigen. Kann ich eigentlich gleich hinterher jetzt dran bringen. Und zwar, wenn ihr wirklich easy auch das Endgame abschließen möchtet, dann solltet ihr wirklich den magischen Bogenschützen freischalten und spielen. Dazu hatte ich auch schon ein Video gemacht, wie man ihn freischaltet. Ist oben verlinkt und der hat eine ultimative Fähigkeit. Bekommt man auch mit bei der Quest, wenn man ihn freischaltet. Und man verbraucht sein Leben, kann einen extrem starken Schuss absenden und ebenso sämtliche Gegner im Spiel one-shotten. Und natürlich so natürlich auch im Endgame, was eine wirklich nette Sache ist. Bei einigen Monstern müsst ihr im Endgame Augen zerstören. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Da solltet ihr nicht ewig lang gedrückt halten, sondern immer nur ganz kurz, dass für den Moment die Augen zerstört werden. Umso mehr Leben könnt ihr natürlich sparen und öfter angreifen. Jedenfalls super nützlich ist ein besonderer Drang, den man hin und wieder im Spiel auch finden kann. Der füllt auch das Leben komplett auf. Gerade super nützlich, wenn man den magischen Bogenschützen spielt und sein Leben eben immer wieder runterballert, um den starken Schaden zu machen. Und zwar könnt ihr auch im Elfendorf den kaufen. Und zwar bei dem rechten Händler. Und zwar ist das Allheilelexier. Und wenn ihr das eben einnehmt, dann ist der Lebensbalken komplett voll. Das ist auch nicht so günstig. Ich glaube auch 10.000, wer da ein bisschen Geld noch auf Tasche hat, kann sich natürlich ein paar kaufen. Wenn ihr mit dem magischen Bogenschützen reingeht, empfehle ich euch um die, also richtig geil, wäre wirklich 5 Stück, wenn ihr straight durchgeht oder 3 Stück, dass ihr immer wieder euer Leben hochballern könnt. Am liebsten würde ich sogar wirklich mit 5 Stück reingehen. Wenn ihr da so viel habt, dann könnt ihr immer wieder die Ulti eben starten und müsst nicht die ganze Zeit schlafen und ballert die Tage eben nach vorne. Und deswegen könnt ihr also 3 Tage immer warten. Ja, kann man natürlich auch bei den Elben schlafen. Oder ihr macht es irgendwann später, kommt immer mal wieder hin. Weil wenn man bei den Elben schläft, kostet es natürlich auch Geld, weil man da kein Haus besitzt. Aber nach 3 Tagen resetet sich der Händler und man kann diesen Trank erneut einkaufen. Was ihr auch unbedingt besitzen solltet, am besten so viel wie möglich, sind die Lasurid-Steine. Bekommt man ja immer wieder im Spiel und damit kann man sich wiederbeleben. Und wie vorher schon erwähnt, man hat eben nur diese 7 Tage Zeit. 7 Tage kann man schlafen und danach kann man sein Leben ja nicht mehr regenerieren, außer man macht es mit den blauen Tränken. Oder dann eben mit den Lasurid-Steinen. Da kann man natürlich dann einfach sterben. Wenn man sie dabei hat, kann man sie dann einsetzen und wird mit kompletten Leben wieder neu geboren. Und so kann man auch länger in der Endgame-Welt unterwegs sein und verschiedene starke Bosse farmen, die natürlich nützliche Endgame-Materialien geben. Natürlich lohnt es sich auch noch ein paar gute Heil- und Ausdauertränke zur Seite zu legen. Ich denke mal, das haben die meisten sowieso aber von euch. Und ich habe für euch hier auch nochmal einen extrem wichtigen Tipp, wie ihr aus dem Endgame nochmal mehr Lindwurm-Kristalle herausholen könnt von einem Boss. Und zwar funktioniert das Ganze wie folgt mit der Talos-Statue. Falls ihr die Talos-Statue glücklicherweise sehr spät besiegt habt und sie hat einen Arm verloren, dann könnt ihr im Endgame gegen einen weiteren Boss fighten und der droppt eben Lindwurm-Kristalle. Habt ihr die Statue früher lahmgelegt und sie hat beide Hände noch, dann wird dieser Boss leider auf andere Weise getötet. Dazu dann im morgigen Video, wie man eben perfekt ins Endgame dann rein startet, das Endgame durchspielt, um eben das meiste eben herauszuholen. Und das war es soweit vom Video. Ich hoffe, ich konnte euch hier gut weiterhelfen, was man auf jeden Fall vorab machen sollte, bevor man dort rein startet. Falls ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare rein. Wenn ich sie weiß, kann ich sie euch beantworten. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Zocken. Und bei mir geht es jetzt mit Kochen weiter, denn ja, die Familie kommt. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.